Können wir ein Foto machen? Oh! Ah! Ja, der Alex muss sich da immer relativ stark zusammenhalten. Guten Morgen Leute, Tag 2 der Gamescom. Wir suchen jetzt mal ein paar Sachen zusammen, würde ich mal sagen, in der Apotheke. Nicht für uns beide. Gehirnmauke kann man leider nicht heilen, aber wir holen mal für Max was. Ein paar Thermometer. Ein paar Thermometer, genau. Alex ist ja gestern Abend angereist. Also gestern Abend noch kurz essen gegangen. Da haben wir natürlich besserweise natürlich keine Kamera dabei gehabt. Drei Leute, drei Camps und keine Kamera. Ist klar. Ist klar. Naja, und heute treffen wir uns wieder mit Stil und Dominik und so weiter. Mal gucken, wen wir dann noch alles treffen. Vielleicht den ein oder anderen Abonnenten, der gestern nicht da war. Und dem Ende ist er wahrscheinlich nachher nochmal, wenn wir im Rewe sind, und ein bisschen den Laden auseinander. Bis nachher. Man sieht's richtig. Der Hintergrund bewegt sich. Endkrass. Oder? Aber Spaß. Dieses scheiß Ding bewegt sich. Also mal unten, da kommt immer eine neue Spur raus. Ey, das ist unglaublich, oder? Das ist ganz schön. Das ist richtig klar. Das gibt's. Hey, richtig heftig. Richtig heftig. Richtig abgehoben. Richtig heftig. Richtig heftig. Oder Paul? Oder! Oder! Also du musst eine Sandglase entleihen. Man muss einfach. Oh, sorry. Alex, du musst... Ja, okay. Jetzt kann ich ihn jetzt schon linken. Also bitte, du kannst... Wenn ihr mich abonniert, dann gibt es auf jeden Fall Rund um die Uhr Entertainment. De-abonniert alle einen Panda. Kommt alle zu mir rüber. Echt? Ich bin mit drauf, ich bin mit drauf. Okay, danke. Tschau, tschau. Es kostet 5 Euro, gell? 14. 13. 10. 10. Lauber Jungs. So. Paul, glaubst du es bringt was, wenn ich ganz laut Adam schreibe? Ja. Ja, hau raus. Adam! Es juckt ihn nicht. Doch, es juckt ihn. Adam! Abonniert ihn auf jeden Fall. Immer. Abonniert ihn nicht vergessen. Absolut geil. Hammer. Hammerhart. 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 Alles klar. Alltag! Oh Mann! Wir sind jetzt hier gerade hinten bei Shirtu und ich zeig euch mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Ihr seht ja die ganzen gelben Leute, die ganze Security regelt gerade, dass das alles abgesagt wurde. Das heißt, um 17 Uhr war hier ein Termin und die haben komplett alles abgesagt, weil die Leute in die Bude eingerangt haben. Das war so krass, ohne Spaß, die sind nur nach vorne gegangen und Brad hat nur gesagt, ich finde echt, die sind alle ausgerastet. Ohne Spaß. Ja gut, es war auf jeden Fall ein guter Tag heute, würde ich mal sagen. Ja, ja. Wir haben Halo gespielt. Das ist wichtig. Ja. Ja. Etc. Pp. Titus, komm mal her. Jedenfalls, Battlefront war geil, Xbox One, Scuf war auch richtig nice. 3 war Porn. Bio 3 war richtig geil. Was hast du eigentlich alles gespielt? Bio 3. Hardpoint. Hardpoint. Ich zeige euch. Das ist so überrascht, kann ich noch nie eine Näge in meinem Leben auf mein Gesicht sehen. All right, Sinead. New year, all year, no stopping the fire. Still fighting through the shit that made Houston retire. Most of y'all only tough when you watchin' the wire. But start to perspire when your fingers on the table. And I got the pliers, should take them away. That's what these uncreative labels and haters say. Cause I be rippin' up the flows like I pay for my shade. Givin' out the free mix for people not able to pay. Ayo, Gatouche. I'm never fallin' off like a Lupe. Star player, I ain't got time for Bobby Bruches. I am here Tuesday, the leader of the new age. Investors with toothpaste, no money in my suitcase. I don't care what you say. If you don't like what I say, the sumay. I'm still droppin' every other Tuesday. Flyer than the Blue Jay. Sharper than Blu-ray. Cooler than Cool J. Yeah sweeter than some Kool-Aid. I'm sorry. I'm sorry. I got the package. 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 People, they'll think of something they're broken, but what's it? I don't know. You'll never know. I'm not sure. I got the package. Oh shit. Ayo. What's up? Ayo. What's up? That's their face-block. Ohne Spaß. Es sind, glaube ich, aus diesem Glock gefühlt 2000 Gesichter. Komm, bitte, danke. Was bist du für ein Random? Was für ein Random bist? Gar keiner. Aber du hast doch keinen OPR. Abonniert mich auf YouTube. Ich mache keine Videos. Nicht schön. Jungs, könnt ihr bitte Panda deabonnieren. Leute, wir haben jetzt gegessen. Und dann ist das fertig und die beiden neben mir die beiden Red Lips, die reden immer nur über das Abonnieren. Hier haben wir noch den Van Dam. Da haben wir noch Jam. Jam, komm mal richtig nah ran. Also wie immer. Jetzt sieht man meinen Bilder nicht gern. Ein Dreieck. Ein Dreieck. Ein Dreieck. Ein Dreieck. Hier haben wir noch Juli einen richtigen Red Lips. Jungs. Jungs. V-Log & Sepsion. 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 Jetzt fangen alle an. Guck mal, da drüben. Die ganzen Red Lips fangen auch an. Nicht abonnieren. Wenn die da drüben anfangen, dann fange ich hier auch an. Ich bin jetzt drüben. Zwei. Was ist das mit dem Video? Ne, was ist das? Er hat schon wieder die Sonnenbrille auf. Digga, was? Gerade bist du so... Wer ich bin? Warte. Und mich findet man nicht auf YouTube. Der man ist Elbrot. Aber nicht abonnieren. Der ist unten im Davosbrot. Ja, genau. Wo die Affiliate sind. Alle Gaps abonnieren. Bester Kanal auf YouTube. Und ich hab gar nichts auf. Weißt du, was du mit ihm reden? Das ist ganz normal. Aber Lukas hat noch einmal mitgemacht. Wir haben hier den, Dr. Jones. Bies. Flappy, den anderen kriegen wir nicht. Abonniert alles weg, bitte. Ich bin jetzt sehr abonniert. Was geht ab? Ich will die haben. Nein, den darf ich nicht. Mann, der Marcel ist ein Spaß. Marcel, Junge, du Rillebete, Alter. Du bist auch Mama. Witzige Party auf jeden Fall. Schussfahrt sie zu 416 Zigaretten. Scheiße, Frauen, Scheiße, Frauen, Scheiße. Überrascht. Es macht richtig Spaß. Es ist zehnmal schwerer als vorher. Wir suchen dir neues Geld. Er wird auch bezahlt. Zehn neues Geld. So, Leute, ihr habt es gehört auf jeden Fall. Abonniert die Leute, die sind alle in der Videobeschreibung. Chaos-Vilo. Nein, ganz schön. Du bist auch drauf. Ach du Scheiße. Also, so viel kann ich auf jeden Fall gar nicht verlinken. Alle mal unten vorbeischauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau.